ja servus liebe leute offroad in der türkei ja wer ein bisschen was davon sehen will wo und wie wir hier so zurechtkommen und was wir so machen den lieben langen tag der so immer bei uns auf youtube vorbeischauen unseren kanal abonnieren und uns nette kommentare da lassen wir freuen uns immer und hier haben wir so einen kleinen platz gefunden wo alles aufgeschüttet ist damit das hochwasser nicht so viel schaden anrichtet also wenn wasser kommt dann genau auf uns zu aber momentan besteht keine gefahr und wir haben eine ruhige nacht gehabt ruhig in anführungszeichen weil da hinten gleich die straße ist hört man aber man sieht uns nicht das ist die hauptsache und schöne berge hier das da hinten finde ich das schönste taleinschnitt so und nun tschüss